Servus und Willkommen bei der Alleinemügel-Sonde. Ich hoffe, es ist mein Kanal SH Falsch ist gut. Wir versuchen halt ein Trinklauch herzustellen. Weil die brauchen wir. Wir haben ja kaum noch so gut zur Basis. Also müssen wir uns damit verhelfen. Wir haben noch nicht mehr. Wir wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drei mal auf! Ah! Bambi, wo bist du? Da. Da. Wir brauchen jetzt zwei Triefel und ein Zeilen. Sehr cool. Wir warten, dass er so einfach geklappt hat. Und auch so vielleicht mit dem Freie. Tja, eigentlich wollte ich das euch nur zeigen. Wir machen jetzt mal ein bisschen. Ja. Ja. Und der Bruder gefällt. Sehr geil. Das ist eigentlich so lange, wie ich es halt nicht mehr wusste, dass es auch geht. Aber. Das ist halt so. Ja. Und dann nehmen wir mit. Ja. 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 ETS, ADS, der Lenswässersimulator, das wird alles bleiben, weil die haben ja im Prinzip keine Starke dahinter. Natürlich habe ich dann mal ein bisschen in die Augen laufen lassen, das macht den Engel seinen Schühe. Ja, ich geb' auch einen Eindruck in die Lacken. Ja, wenn man das so dreht, man. Ja, wenn man das so dreht, man. Ja, wenn man das so dreht, man kann das so dreht, man kann das so dreht, man kann das so dreht. Ja, bleiben wir mal am Rand, weil hier gibt es auch grobe Bühne. Und ich habe keine Lust, da ist ein grobe Gefand, das hier anknabelt. Also das ist ein grobe Gefand, das schreibeut, das ist ein grobes. Nein, das ist ein grobes. Vielen Dank. 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 I... 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 ... I... 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 I...